Hey, herzlich willkommen da draußen zu... Huh? Was passiert denn hier jetzt gerade? Komm ich da raus, bricht meine FPS zusammen. Wieso ist denn das so? Außerdem habe ich ungewiesene Post. Okay, Marktplatzkurier. Wow! 135 Credits. Das gibt auf jeden Fall wieder 112. Und nochmal 112. Hervorragend. Da können wir doch direkt mal tauschen gehen. Und... ja. Was soll ich sagen? Wir spielen jetzt gerade in einer neuen Version. Weil das Update 1.1 ist draußen. Und... Elemental Destruction heißt es. Und ich bin momentan gerade echt auf der Suche nach diesem... Da hinten ist das Armee Terminal. Ich suche eigentlich gerade... Beta-Stabbekele Rüstmeister. Nein, den suche ich eigentlich gerade eben nicht. Ich suche eigentlich gerade was zum Tauschen. Aber er hat jetzt mal mit dem Anderster gefragt... Haben wir eigentlich Münzen zum Spiel? Nein. Wir haben keine Münzen. Nein, 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 nein. Marktplatz... Ich glaube, hier geht es doch, glaube ich, auch, oder? Ach so, nee. Das ist nur der Währungsumtausch. Red Bean umtauschen. Nee, nee, nee. Das will ich alles nicht. Ich will eigentlich gerade... Was will ich denn? Genau. Ich will Red Beans kaufen. Nee, Moment. Das ist doch richtig. Credits kaufen. Richtig. So, wir haben 900. Das heißt, ich müsste eigentlich... Ach so, das ist leider für... Wir probieren es mal mit 100. Mal gucken, ob es funktioniert. Menge. Transaktion bestätigen. 9 Red Beans. Gesamt 900 Credits. Hervorragend. Du hast... Du wirst eine Nachricht bei Postaten... Wenn die Transaktion abgeschlossen ist. Das ging eigentlich mal schneller. Na gut. Mal eben schauen. Und zwar... Hatte ich was? Beim letzten Mal. Ja, Synthetik-Sehne. Und jetzt muss ich mal eben nachschauen, warum eigentlich. Ich wollte mir, glaube ich, was herstellen. Und ich weiß gerade nicht mehr, was. Es war, glaube ich, keine Spielmünze. Sondern, was war denn das? Es war, glaube ich, was für meine Klasse. Kann aber unter Umständen sein. Warte mal. Sturmgewehr. Ja, aber das war es nicht. War es ein schwerer Geschützturm? Ja. Das war die... Ja, unter Umständen nicht ein schwerer Geschützturm. Sondern vielleicht auch die Nachschubstation. Ich muss eben mal schauen. Die Claymo. Die benötigt das ja auch. Das aufstellbare Schild. Ja gut. Ein Schild habe ich im Endeffekt keins mehr. Nachdem ich hier die Minen drin habe. Es ist gerade echt... Wenn man ein paar Tage mal keine Zeit hatte und zwischendurch mal ganz andere Sachen spielt, dann kommt man komplett raus. Also ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen den Geschützturm, wir lassen einmal den Geschützturm fertigen und tatsächlich glaube ich so eine Nachschubstation. Ja, das können wir machen. So, einmal die Nachschubstation. Und es ist halt die Frage, jetzt können wir uns natürlich entscheiden, einmal für die Claymo. Oder einmal für den Geschützturm. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich mal den Geschützturm. Dann können wir ja noch ein bisschen verbessern. Gerade für eine Nennleistung, für eine Wirkungsdauer. Ähm, ja, das können wir machen. Nehmen wir mal den Geschützturm. Dann hätten wir uns darauf auch geeinigt. Und, ich würde sagen, wir machen eine Mission. Oder wollen wir erst noch ein bisschen Geld ausgeben? Achso, Mist, geht ja gar nicht. Ich kann jetzt keine Spülmünze bauen. Ne. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen chillig eine Mission machen. Ähm, muss ich aber zum Shopportal. Das ist nicht hier oben. Moment, Augenblick, Augenblick. Ich muss nicht zu irgendeinem Shopportal. Sondern, ich bin ja... Ach du Scheiße, Level 20. Waffenmodule, Inventar. Wollen wir mal eben ins Inventar reinschauen, was wir da so rumliegen haben. Gesundheitspacken groß hatten wir uns hergestellt. Wir haben einen LBF-Startpunkt. Wir haben einmal ein normales LBF. Das werden wir aber vielleicht... Ähm... Erstmal... Nicht so schnell verbrauchen. So, lass mich mal eben schauen. Ähm, wir müssen, wir sollten, wir könnten... Ich will Level 20. Wo geht man denn dahin? Wir könnten in die Biosphären-Forschungsstation. Wir könnten aber auch da unten nach Barackenhausen. Komm, wir gehen mal eben... Wir gehen mal eben... Dahin. Äh... Jetzt lass mich mal eben ganz kurz überlegen. Wir könnten eigentlich tatsächlich... Hier den Flop... Hier den Flop... Den Jump-Point, den Kleider-Punkt hier verwenden. Ja, 800 Meter. Lass uns mal eben schauen. Über die Straßen hier hinweg könnten wir auch mit dem... Mit dem Bike fahren. Ja, komm, wir lassen uns mal eine Runde mit dem Bike fahren. Das haben wir uns, glaube ich, heute verdient. Und ab geht's. Ich glaube, mit der rechten Maustaste kann ich die Kamera verändern. Genau, rechte Maustaste gedrückt halten. Kann man die Kamera beliebig positionieren. Und das ist doch einfach geil mal... Nicht durch die Gegend laufen zu müssen, sondern auch mal zu fahren. Huh. Kann man die Hähne gleich überfahren. Jetzt können wir die Hähne mal richtig überfahren. So, gleich lachst du nicht mehr. Mist. Kann man die Hähne nicht überfahren? Oh doch, kann man. Aber, ist egal, ist auch schon an. Ne, komm, lass uns weiterfahren. Zur Biosphäre. Dann haben wir vielleicht noch die Zeit für eine Quest heute. Vielleicht für eine kleine oder so. Und dann kommt morgen auch schon wieder Warface. Und nicht vergessen, ja, nicht vergessen, jeden Sonntag das Special mit der freundlichen Begleitung von... Jetzt hab ich's vergessen. Jetzt hab ich's vergessen. Warum hab ich das jetzt vergessen? Geh weg. So. Achso. Ja, aber hier gibt's doch gar keine Quests. Oder doch? Oder nein? Oder ja? Ne, hier gibt's doch gar keine Quests. Ne, lass uns zurückfahren zur dunklen Küste. Bevor mein... Ähm... Bevor mein Motorrad hier weg ist. Und... Tschüss. So, jetzt hab ich aber echt den Namen vergessen von meinem... Von meinem... Boah. Heute war aber auch schon ein schlimmer Tag. Jetzt mal... Jetzt mal... Uh. Oder bei den Fischen. Heute war aber auch wirklich ein schlimmer Tag. Äh... Kommst du nach Hause und dann willst du einfach mal... Gechillt spielen. Und dann machst du die einfachen Sachen eigentlich schon teilweise wieder falsch. Ich wusste gar nicht mehr da oben, äh... Ich dachte, das wäre die eine Station da gewesen. Aber dass es da tatsächlich keine Quests gab, äh... Oder gibt, war mir gerade eben, ehrlich gesagt, nicht mehr geläufig. So. Aber hier gibt's Quests. Das ist auf jeden Fall eine sichere Sache. Was tickt denn da eigentlich? So. Hier können wir uns ein Bike abstellen. Und uns dann da hinten mal eine Runde Quests holen. Und was gibt's denn hier eigentlich? Was haben wir denn eigentlich auf dem Konto? Auf dem Konto haben wir nicht viel. Nein, das reicht mir so überhaupt nicht. Können wir einfach mal knacken. Nee, komm. Lass uns mal... Hier das Shopportal... Oh, Vertragssicherung. Wissenschaftler Nakamura ist ein bisschen wertvoller Daten, die zu einem Klienten in versunken... in versunkener Hafen gebracht haben müssen. Ein einfach kurierreich dazu nicht. Da die Daten wissen enthalten, für welches viele Leute töten würden. Oh nein! Das Motorrad ist schon weg. Nein! Okay, Doktor. Ich sehe das nicht ein Problem. Du merkst, wir sind ein mehr expensive Delivery-Service als in deinen normalen Courrieren? Oh mein Gott. Da müssen wir hin. Das Paket muss ein Schuss. Da hinten läuft ein Schuss. Und wir werden wieder dabei sein. Wir müssen uns nur ein bisschen ranhalten. Die greifen da hinten den Wachturm an. Hervorragend, dass wir den auf der Karte hatten. Sonst hätten wir den Angriff tatsächlich nicht gesehen. Wir werden uns gleich mal ein Gleiterfeld aufstellen. Äh, Gleiterfeld-Anforderung. Jawohl. So, zack. Das ist jetzt von hier auch, ehrlich gesagt, nicht mehr weit. Mit einem Gleiter kommen wir da einmal rüber. Ich muss nur mal eben schauen, wo ich den Scheiß hinstellen kann. Das hier scheint zu funktionieren. Und ab geht die Luzi. So, da vorne läuft nämlich der Chosen-Einsatz. Da wird angegriffen. Da wollen wir hin. Wir müssen aber nach oben, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir müssen nach oben. So, immerhin. Ein Stück weit haben wir überbrückt. So, jetzt aber ganz schnell. Bevor hier alles zu Ende ist. Bevor der Angriff zurückgeschlagen wurde. So, Wachturm. Wie sieht's aus? Ah, Mist. Die sind jetzt da unten. Was machen denn die da unten? Halt, wartet. Ich komme. Ah, hervorragend. Dankeschön für das Gleiterfeld. Attacke. Bremsen, bremsen. Ich habe keine Bremsen. So, wie sieht's aus? Sind die alle schon weg? Ah, nee. Das sind sie doch. Ach Gott. Ah, ich habe gerade gedacht, das sind ein bisschen befreundet. Nein. Okay. Also, lasst es uns aufstellen. Lass uns die Idioten grillen. Und... Weg damit. So, was ist das hier? Anti-LBF-Mine. Entwaffnen. Hm. Ziehen wir mal gleich mal weg. Laminieren die Angreifer. Die Angreifer sind, glaube ich... Nein, die Angreifer sind eben noch nicht weg. Hier hin. Hier hin. Los, 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 los. Ah, Beheilung. So, wo ist das andere? Das andere liegt genau in der Richtung. Ungefähr genauso weit weg. Hervorragend. Dann können wir ja beides miteinander... ...koordinieren. So, Hinterhalt überstanden. Okay, das war's dann leider auch schon. Bonus, Rettung erfolgreich. Ist schön. Aber leider konnten wir nicht sonderlich viel dazu beitragen. So, wir müssen... Mit wem reden? Noch mit gar niemandem? Lass uns mal eben... So, jetzt. Mit dem hier müssen wir quatschen. Treffe dich mit Wissenschaftsoffizier Nakamura. Nun, was hast du denn zu erzählen, Junge? Nein, es ist weg. Ich hatte es doch gerade... Wie konnte es einfach verschwinden? Oder was sieht es aus? Du kannst sicherlich helfen, wenn du sagst... ...aktiviere Dumpr. 800 Meter entfernt. What the fuck? Okay. Uh. Und... Uh-huh. How old do you know where he is? On anyone's first day of work here, they sink with the Broken Shores Sin Tower. When they do, I make sure a trace subroutine is installed in their local... Hardly ethical, Doctor. That kind of paranoia is not healthy. Totally destroyed. Perhaps, but it's paying off now. Find him and get that damn data. Ja, kann man machen. Das war mal für dich auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für die Information. Und, ähm, wir gehen jetzt direkt dahin. Bin schon auf dem Weg. Allerdings... Ah, nein! Ups. Okay. Dann halt, äh... Boah, wie kann man sich denn hier in diesem Gewächshaus verirren? Jetzt mal ohne Witz. So. Ab geht's. Was haben wir denn hier eigentlich? Lass uns mal eben schauen, was wir hier so rumstehen haben. Da drüben haben wir ja wieder ein Kleiderfeld. Hervorragend. Das werden wir uns direkt mal zur Gemüte führen. Wobei, wir müssen eigentlich da oben hin, ne? Da bringt uns das Kleiderfeld natürlich auch nicht wirklich viel. Nein, verdammt. Ah, zieh doch einfach hier. Zieh doch einfach hier, wenn man nach Hause kommt. Äh, okay. Lässt man sich hier doch einfach mal gut gehen. Kann man ein bisschen abschalten. Und, äh, mittlerweile ist mir auch der Name von einem Special wieder eingefallen. Ja, ich bin einfach gut. Ich weiß es schon. Nein. Banished. Jeden Sonntag. Das Special. Und ich rede... Oh. Wo? 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 Na gut, aber jetzt mal... Jetzt mal ganz ehrlich. Obwohl, warte mal. Wenn ich da hochgehe, könnte es sein, dass ich es schaffe, auf die andere Seite zu kommen. Jawoll. Ähm, ich brauche aber... Ich brauche, äh... Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche einen Schalterdonator. So. Und ab geht, die Luzi. Äh, lass uns mal eben ein Geschütz aufstellen. Und den da grüllen. Hervorragend. Das komische Viech da ist tot. Was ist hier eigentlich los? Ich treffe hier momentan gerade... Beziehungsweise nicht momentan, aber heute... ...auf wesentlich mehr Spieler. Dabei ist draußen, draußen scheint die Sonne. Und, äh... Genau, aber lass uns mal noch ganz kurz auf eine Sache zurückkommen. Banished. Und das sonntägliche Special. Schau da einfach mal vorbei. Ähm, wie gesagt, ich rede da über mich, über das Projekt, mit euch. Und, ähm, natürlich ist es mir wichtig, äh... ...wenn sich da jeder einbringt. So, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben... ...den Depp gefunden. Achso. Hä? Achso, da... Moment, das passiert... Das kapiere ich jetzt gerade nicht so ganz. Oh, nein. Er hat mich... Er hat mich runtergeschubst. Hör mal... Kann ich es glauben? Der hat mich hier echt runtergeschubst. Ist das denn zu glauben? Dafür... ...musst du leiden. So, Aris-Job abgeschlossen. Nächstes Ziel wird geladen. Achso. Achso, ja, dann danke für die freundliche Hilfe hier von meinen menschlichen Kollegen. Und jetzt müssen wir da drüben hin. Die machen gerade die gleiche Quest, das finde ich ja doch mal. Das finde ich ja... Wie finde ich denn das? Das finde ich ja lustig. Hahaha. Sehr praktisch auf jeden Fall. Coole Aktion. Schöner Zinfahrt. Wow. Wer hat mich denn da? Hallo? Okay, Geschütz aufstellen. Alter, was geht denn? Alter. Und tschüss. Einmal Sprengkörper aufgenommen. Accord Assistant. Ah, das ist der Typ hier. Den müssen wir, glaube ich, begleiten, so wie das aussieht. Und der will nun, was? Wohin? Da drüben? Was stand hier eigentlich gerade? Da stand doch gerade so ein Typ. So. Achso, wir müssen versunken nach Hafen. Ah, ja. Ah, tschüss. Hey, warte mal ganz kurz. Ah, tschüss. Ah, tschüss. Ah, tschüss. Achso, tschüss. Mist, eigentlich wollte ich wieder nach oben. Was ist hier los? Wiederbeleben, Sinek. Ha, das scheint wohl da oben abgestützt zu sein. Na gut, okay. Na gut, wir haben es auf jeden Fall nicht mehr weit und versunkener Hafen. Ah, das ist tatsächlich eine Region, die haben wir noch nicht entdeckt. Ist ja cool. Müssen wir uns gleich nochmal noch... Müssen wir uns gleich nochmal noch mit dem Sinn-Turm verbinden. Und dann wäre die Sache auch wieder geritzt. Aber es sieht geil aus hier, ne? Es sieht richtig geil aus hier. So, Stellanverbindung mit dem Sinn-Knoten her. Jawohl, das können wir eigentlich direkt mal machen. Noch in der Folge. Dann hätten wir das für das nächste Mal auch schon wieder weg. Und können hier frisch, fromm, fröhlich, frei einfach mal weiter questen. Das heißt aber, was ich gerade eben hier jetzt sehe, ist tatsächlich, dass diese... ...Quest mit höherer Priorität tatsächlich eigentlich... ...mich in den nächsten Bereich führt, wo ich questen kann. Ich finde das cool. So, bringe die Daten zu Krier. Ah, da hinten ist er. Kein Problem, habe ich gerne gemacht. Aber ich hätte jetzt trotzdem langsam auch sicher gerne mal meine fette Belohnung. In Form von einem richtig schön vierrädrigen Fahrzeug. Das ist ja genau das, wofür wir... Oh, na, wir haben was vergessen, ne? Weißt du, weißt du noch? Erinnerst dich noch? Du da draußen? Vor dem Bildschirm? Wo war das denn? Wo war das denn? Wir haben uns ja was gekauft. Wollen wir, wir lassen uns das mal hier eben recyceln. Wir haben uns was gekauft, was uns Credits gibt. Wo habe ich denn... Achso, nee, das ist... Äh, Mist. Ja, und ich habe wieder vergessen, dass das eine einmalige Sache ist. Mist, Mist, Mist. Ähm, das war was von Omnidine, ähm. Aber, das heißt im Endeffekt, wir können tatsächlich, äh, das Haustier erfahren. Ja, nachdem diese eine Spritze da... ...die ja zu... ...ähm, negativen Eigenschaften führt, sage ich jetzt mal. Aber uns 500 Kredits gibt, ja nur eine einmalige Sache ist, das müsste ich mir ja immer wieder verdienen. Und ganz ehrlich, hm, weiß nicht, ob ich dafür die Zeit habe. Ja, der akquiriert das Abhörgerät. Achso, es geht noch weiter. Jo, es geht weiter. Natürlich geht es weiter, denn es geht immer weiter. Und es geht mit Feierfall weiter und mit eurem Darwisch. Heute aber nicht mehr. Erst übermorgen. Morgen, wie gesagt, Warface. Ich mag mich fürs Zusehen und, äh, ja. Ja, lass doch mal einen Kommentar da, was du so dann ganz meinst. Und diese Geschichten und, ja. Ich habe dir. Tschüss.